Hallo und willkommen, mein Name ist Screamer und willkommen hier zu Einmal in Observation Duty. Wir probieren jetzt nochmal das Ganze, das verfluchte Haus, gehen wir rein direkt. Ich hab Bock drauf, ich trinke einen Kaffee aus der Vogelfrei-Tasse, ich schmecke Scheiße dadurch, der Kaffee. Hm, nee, Scheiße. Ohne Vogelfrei, ich schmecke die Tasse einfach nur zum Kotzen. Äh, der Kaffee, ja, alles klar. Gut, halt die Fresse. Wir haben das letzte Mal schon gespielt. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Hier ist ein Toaster. Das ist schön, das ist wunderschön. Ja. Genau, ich hoffe, euch geht's gut. Hier kommt doch keiner hoch. Was sind das für Personen, die da, die da wohnen? Na gut, egal. Die Banane ist sehr lang. Sieht hart aus. Ähm, herrten Schulters, cool. Ja, also, ich weiß nicht, was ich hier alles verändern kann. Ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf. Das war ja von der Woche her, ja, das war ja schon Ewigkeiten her. Tee, Dings. Was gibt's denn alles? Ähm. Obwohl, geht eigentlich, so viel gibt's da gar nicht. Ich weiß immer noch nicht, was Grove heißt, weil ich nicht geschaut habe, was das bedeuten könnte. In Englisch ist einfach top. Da so eine kleine Kapselding ist, aber ich find die scheiße. Also, so Kapsel Kaffee gefällt mir nicht. Ich bin da der Pet-Typ. Äh, mit Pets. Übrigens hab ich was, will ich was probieren und ich will gucken, dass ich vielleicht noch ein Format mach, wo ich PS2-Horror-Spiele spiele. Ob's klappt, weiß ich nicht. Muss ich probieren. Aber so wirklich alte Sachen von 2004, 5, 3, was weiß ich. Das wär doch mal was. Das wär nicht schlecht, ne? Ja, würd ich auch sagen. Finde mich. Nein, ich find dich jetzt nicht nochmal. Ne? Nein. Ja, ist mir egal. Juckt mich eigentlich so gar nicht, ne? Ich hab jetzt gesagt, gar keinen Bock drauf. Ich muss mir halt das Ganze erstmal irgendwie Boah, das sind so viele Kameras. Kann ich denn hier irgendwie... Uh, das wird nicht leicht. Das wird gar nicht leicht. Weil das Bild schon die ganze Zeit so... Ich hab nicht drauf geachtet, ich hab keine Ahnung. Ich geh mal in den Camp Dinner. Camp Dinner, ey Gott. Das ist schon wieder zu viel für mich. Es ist schon wieder zu viel. Ich seh halt auch gar nicht, ob ich ihn... Okay, ich darf nicht zu schnell skippen. Ja? Ihr möchtet ja auch schauen. Vielleicht soll ich auch einfach ein bisschen... durch Lack das Ganze probieren. Da tue ich jetzt auf jeden Fall nicht hinklicken. Dann spiel ich das Spiel ja nochmal durch. Möchten wir ja nicht. Aber es... Ja, ich hab halt absolut... Okay. Hier sind vier Tassen. Ich weiß nicht, ob ich mir die irgendwie merken muss oder so. Keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, auf was ich alles achten muss. Hat sich das bewegt? War das die ganze Zeit schon da? Ich mach mal... Ich mach mal... Ich weiß... Könnte sein, dass es gemoved ist, weil... Ich kann mich daran gerade nicht erinnern. Oder... Das... Das... Das Schatten ist das... Ist das ein Schatten oder ist das so eine Matte? Ich weiß es nicht. Dann geb ich mal auf Extra Object. Keine Ahnung, ich muss es probieren, aber es wär irgendwie komisch, weil jeder braucht doch Toilettenpapier schon im... Im... Ich krieg gerade richtig hart aus, Maul. Ich krieg... Was heißt denn? Was gibt's denn da alles? Hm... Da... Shrinkage und Grove. Absolut gut vorbereitet. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber sonst finde ich halt auch mal wieder gar nichts. Es läuft einfach, wie es sein soll. Ja. 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 Würde ich jetzt genau so sagen. Ja, absolut keine Ahnung, ob sich irgendwas getan hat. Okay, ich hab gar nichts gemacht. Jetzt will ich aber mal ganz kurz schauen. Und zwar... Wachstum ist Grove. Ah. Also wenn die Blumen wachsen. Und das andere ist Schwindung. Was ist denn eine Schwindung? Du Scheiße. Oder Schrumpfung. Schwindung. Oh mein Gott. Heißt das, wenn jemand... Wenn etwas klein wird? Ja. Wir probieren es nochmal. Try again. Also wenn etwas... Wachstum sind die Pflanzen. Und Schwindung. Oh Gott. Halt die Schnauze. Okay. Ich achte mal hier drauf. Hier sind so zwei Streuer und eine Ketchupdose. Flasche. Und eine Tasse. Obst, Milch. Der Rest ist mir egal. Obwohl hier ist das eigentlich normal. Also obwohl es könnte auch sein, dass das da vielleicht sich hier irgendwie mal... Ja, ne. Hier könnte wahrscheinlich die Wachstums sein. Keine Ahnung, was hier sein kann. Boah. Scheiße, ey. Das wird sehr lustig. Das wird sehr lustig. Weil ich absolut keine Ahnung habe. So eine Badewanne hätte ich auch gerne. Das ist chillig. Ich weiß übrigens nicht, ob am Montag ein Video kommt. Weil ich am Montag noch eine Prüfung habe. Heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, dort ein Video rauszubringen. Oder ob ich einfach eins am Abend rausbringe. Also nicht um 14 Uhr. Sondern, dass ich dann nach der Prüfung, wenn ich daheim ankomme, was aufnehme. Und davon dann vielleicht ein bisschen was auch erzähle. Ja. Das ist so meine Planung, die ich aktuell habe. Also es kann gut sein, dass am Montag 14 Uhr kein Video rauskommt. Dafür vielleicht aber abends oder nachts. Das ist so aktuell Stand der Dinge. Ansonsten Mittwoch. Okay. Halleluja. Living Room. Object Flying. Die Dart-Dinger. Sieht cool aus. Ich habe etwas erreicht in meinem Leben. Ich habe die Schacht. Die Dart-Hab ich dat? Ich bin noch nicht so ganz auf der Höhe. Es ist 6 Uhr morgens als Zeit, als ich angefangen habe, aufzunehmen. Ich bin noch nicht so ganz fit. Ja. Boah. Ansonsten finde ich halt... Okay. Eins habe ich. Die Schacht-Dinger. Das ist im mittleren Bereich. Okay. Ich bin nicht so oft zu skippen. Das sage ich die ganze Zeit schon. Aber ist mir egal. Erstmal ein Schluck aus der Kaffeetasse. Hm. Nice. Okay. Was kann denn hier alles sein? Hier ist gar nichts. Was war ein BMW? Ich kann BMW nicht leiden. Deswegen alles cool. Hier sehe ich halt auch noch gar nichts. Ne? Was soll ich mir denn hier merken? Hier sind halt 6 Teller. Außer hier kommt noch ein Teller hin. Und hier ist das vielleicht... War das Bild die ganze Zeit schon da? Ich glaube ja, ne? Das hatte ich vorhin schon probiert. Okay. 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 War hier nicht noch irgendwas? Oder bin ich gerade geistig verwirrt? Kitchen Movement. Ich weiß es nicht. Achso, ich wollte gar nicht Movement machen. Ich vollidiot euch machen. Ja, das verdachte ich mir, ne? Ähm... Hier. Ja, Dining Room. Da ist schon mal ein Tisch weg. Weg. Äh... Was ist denn los? Ein Stuhl. Ich bin heute absolut nicht auf der Höhe. Es tut mir leid, ne? Ich bin... Heute bin ich... Ich bin aber auch gerade im Kopf so ein bisschen Matsch. Also, ich hab so... Ich zeig wahrscheinlich gerade so nicht so die größte Motivation her. Ich weiß nicht, ich bin im Kopf gerade noch nicht so ganz fit. Ich könnte jetzt noch kein Saldo machen. Oh, Mann. Egal. Krieg mal hin. Ein Uhr... Wenigstens. Wenigstens. Cool. Ja. Ich schätze mal, dieses Wachstum was da gibt, ist dann schon übertrieben so. Schätze ich mal, dass es sonst schon übertrieben wächst. Kann ich hier irgendwas anklicken oder so? Weil ich sehe hier jetzt nicht wirklich viel. Wann ist es schon die ganze Zeit drei Sachen? Aber ich hab gedacht, es waren zwei Sachen nur gewesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich mach mal ein extra Objekt. Da irgendwo ist gerade eine Tür aufgegangen. Hallway. Ey, wenn da jetzt ein True Door reinkommt, ne? Hallway Door Opening. Das ist natürlich nicht das Beste. Aber wenn man das gehört hat, das ist cool. Dass es nicht einfach so auf ist, sondern dass man das schön hört dann. Ich war ja in einem ganz anderen Raum drin. Und die Tür ist wieder zu. Cool. Nice one. Nice. Nehme ich. Okay, ich will nicht so schnell rumklicken. Ich trinke einen Schluckes aus der Tasse. Ich weiß nicht, was sich hier noch ändern kann. Toaster ist da. Toaster ist cool. Aber wo ist das Toastbrot? Der Toaster ist da, wo ist das Toastbrot? Das haben wir noch nie gesehen. Der ist auf 5 Grad. Der Kühlschrank ist auch schön. Ist ja nichts gefriert. War da oben etwas? Da war etwas. Garage. Hier war doch dieser gelbe Ordner und diese Regale oder was auch immer. Jetzt kommt mir das auch schon langsam näher. Jetzt kommt mir das auch langsam näher. Jetzt läuft's. Das braucht... Hallo? Ich hab das ja gar nicht angeklickt. Ich... Hier sieht's eigentlich noch gleich aus. Ja. Danke. Hier sieht eigentlich auch noch alles gut aus. Schatten ist nichts. Genau. Hier war das Regal mit dem Ordner. Ich kann ja mal gucken, ob hier noch irgendwas sein könnte. Aber es sieht nicht danach aus. Bis jetzt sieht's auch noch eigentlich vertrauensvoll aus. Ja. Wahrscheinlich hat sich hier trotzdem irgendwas getan. Ich weiß noch nie was. Werde nichts Neues. Outside hab ich noch gar nichts gehabt soweit. Ist es aber auch nicht. Ich mach mal Kitchen, ob hier vielleicht irgendwas fehlt. Keine Ahnung. Das sieht mir so leer aus irgendwie auf dem Tisch. Halt die Knacke. Die Knacke. Halt die Knacke. Garage. Garage. Movement. Da ist jemand ausgerastet. Dieses arme Odo, ne? Lego. Fucko, ey. Hier hab ich halt das Gefühl. Passiert gar nicht in diesem Raum. Oder ich seh einfach mal wieder gar nichts. Ja, danke hören. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwie. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Das Ganze. Wenn da sich hier. Der Ding hat sich doch bewegt. Die Vollidiot. Der Stuhl, oder? War der nicht hier? Oder war die ganze Stuhl da hinten? Das ist nur zur Verwirrung. Ich bin mir nicht sicher. Aber hier. Das hier. Das ich hier gar nicht sehe. Irgendwie. Ich hab keinen Ahnung was. Was? Das muss ich ein bisschen schneller machen. Fünf von neun. Ah, klar. Es wird besser. Ich hab fünf Stück gefixt. Wusste ich gar nicht. Ein, ein Probier. Mache ich. Ein, ein Probier. Ein Tray mache ich noch. Und dazu trinke ich jetzt. Traubensaft. Ganz erotisch. Problem ist nur bei dem Traubensaft. Ist alles schön gut. Weil man kriegt das so hart Durchfall, ne? Ist nicht geil. Glaubt mir. Ist nicht geil. Und ein Schluck Kaffee. Okay. Ich probiere es nochmal. Ich versuche mir. Irgendwas zu merken. War hier irgendwas. Nicht da vorhin. Sieht so aus, als wäre hier alles safe gewesen. Hier vielleicht Ketchup und Senf. Keine Ahnung, was ich hier ändern kann alles. Das sind so Kleinigkeiten. Der Studio war wirklich da. Okay. Und hier. Ich hab keine Ahnung. Hier vielleicht auf dem Kamin irgendwie. Übrigens, so ein Wohnzimmer wäre auch geil, ne? Also hätte ich gerne. Hier so ein Kamin. Wo auch immer der Fernseher ist. Ich hoffe nicht, dass das der Fernseher ist. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht. Kamin und Fernseher würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt so machen. Weil der wird ja voll heiß dann. Oh, der ist abgedichtet, ne? Keine Ahnung. Kenne mich nicht so aus. Neues Let's Play Horror Minecraft. Man kennt's. Oder wenn Formel 1 2020 oder 2021. Irgendwie so. Jetzt demnächst da ist, muss ich eigentlich nur noch das aufnehmen. So wie ich fahre, ist er schon Horror genug. Formel 1 2021 bestimmt richtig gut. Das ist creepy. Der hat sich ja, das ist ein erhängter. Hallway. Der hat sich getötet. Das ist creepy. Was ist denn das? Korps? Könnte ein Korps sein. Ein Leiche ist es, glaube ich, ne? Könnte ein Leiche sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, Leiche. Oh, das war creepy. So einer, der sich da erhankt hatte. Krass, ey. Wüsste ich nicht, dass die hier sagt, dass sie so weit gehen. Das ist ja heftig. Ich bin überaus motiviert. Das fliegt in der Luft. Toilette. Movement. Aha. Ja, das schulterst fliegt in der Luft. Ach, ich muss um 8. anfangen auch noch zu arbeiten. Das gibt's ja auch noch. Ja. Bisschen Arbeit. Fixing Anomaly. Noise. Ja. Es tut sich was. Ich lerne langsam das Haus kennen. Es gibt Leute, die erhängen sich hier. Wenn da jetzt gleich einer noch runterfügt und sich dann erhängt, das wäre krass. Weil das ist so ein Schockmoment. Man ist ja einfach auf der Cam auf einmal, fliegt hier nur diese Erhängte runter und ist dann halt, weil er sich da irgendwo oben, keine Ahnung, festgebunden hat und dann tot ist. Irgendwie so. Ich glaube, ich müsste ein bisschen oberflächlicher schauen. Nicht so in den Ecken, sondern eher wirklich da, wo die Kamera drauf scheint. Also auf das ganze Bild. Man kennt's. Äh. Ja, das war's halt auch schon wieder, ne? So gar keine Ahnung. Ob sich da irgendwas tut überhaupt. Ich bin lost. Ich bin verloren. Geistig. Ich bin so absolut verloren. Aber ich will das Haus noch schaffen, auch wenn ich von dem Haus dann 30.000 Park, 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 mach. Ich kann nicht reden. Das sind einfach nur die Schatten, die passen ja. Würde ich jetzt behaupten. Hier wüsste ich halt jetzt nicht, was sich verändert hat. Aber hier auch nicht, also. Hat jetzt auch nichts zu sagen, wirklich. Hm. Der Vorhang ist ja komisch übrigens. Das ist geschrumpfen. Und da. Das ist klein geworden. Das ist geschrumpft. Shrinkage. Wachstum. Nee, nicht Wachstum. Schrumpfen. Ah, es gibt groß und klein werden. Das da ist definitiv kleiner geworden. Das ist gut. Dann kann ich das mal kennen. Okay. Nice. Ich werde, dann wird das Auto auch irgendwie mal riesengroß oder ganz klein. Wann die ganze Zeit schon so? Ich glaube, ne? Der Waschbecken, der kommt mir so erstaunlich klein vor. Ist der etwa geschrumpft? Ich probier's. Mehr als verlieren kann ich eh nicht. Ich skippe schon wieder zu schnappen. Ich weiß, es tut mir leid. Hast mich nicht. Ich mach das schön langsam. Schritt. Für Schritt. Für Schritt. Übrigens, ich freue mich richtig auf Spookies aufzunehmen, weil das letzte Video war, fand ich, mir hat es mega gefallen. Auch aufzunehmen, es hat richtig Spaß gemacht. Und noch, ich glaube, 150, nee, 250 Räume fehlen mir noch. So irgendwie. Und dann bin ich durch. Und dann bin ich durch. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hab jetzt auf jeden Fall mega Bock. Das muss ich auch dann noch, weiß nicht, nächste Woche, die Woche irgendwie so aufnehmen. Dann hab ich dieses Projekt auch abgeschlossen. Obwohl, DLCs gibt's ja auch noch davon. Also, sind zwar irgendwie so teuer. So 10 Euro und so, aber mal gucken. Ich seh mal wieder gar nichts, ne? Ist es größer geworden oder war es die ganze Zeit schon so? Bedroom, ich probiere es eigentlich nochmal. Was war es nochmal? Growth. Growth ist Wachstum. Und wie heißt das andere? Shrinkage irgendwie so? Die Shrinkage. Boah, das ist jetzt natürlich scheiße. Ich hab schon wieder keine Ahnung, was ich getan hab. Aber jetzt ist der Schatten sieht ein bisschen komisch aus, oder? Okay, gibt's nicht mehr. Mach mal einfach mein Movement, weil ich keine Ahnung hab, was ich machen soll. Ich... Hier! Bedroom. Painting. Anormally. Das sieht krass aus, aber... Das ist ein cooles Bild. Ne? Ich weiß nicht, das ist ganz einfach gehalten, aber ich find's mega. Danke. Wenigstens etwas. Ich muss meine Ehre wiederherstellen. Meine Ehre von I'm on Observation Duty. Muss wiederhergestellt werden. Wie von einem Samurai. Ja, keine Ahnung. Ich geh nochmal gucken, ob sich hier irgendwie... Dining Room... Hat sich hier irgendwas abbewegt, wegbewegt. Keine Ahnung. Living Room. Da ist ein Samurai. Living Room Geist. Hallo. Das ist das Doof, ne? Das ist natürlich das Problem mit dem ganzen Ghost. Living Room. Wenn ich halt jetzt extra irgendwo drauf drücke. Ja. Guck mal, da redet man von Samurai. Gleich kommt das von einer Asiatin. Das Geist. Unglaublich, ne? Danke. Anomaly fixed. Wir haben zwei Uhr. Ich hab einen neuen Rekord. Hype. Hyper, hyper. 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 Krass wär's ja. Hier steht doch 5 Grad auf diesem Kühlschrank. Wenn die Zahl sich auch ändert. Und das alles irgendwie, keine Ahnung... Irgendein Anomaly zählen würde. Wenn die schlecht. Wär heftig. Keine Ahnung. Was soll ich denn hier sehen? Boah, fuck ey. Das ist nicht leicht. Ich geh nochmal kitchen. Und mach mal... Äh... Movement. Keine Ahnung. Ich muss halt irgendwas probieren. Oh, jetzt will ich auch wieder ein bisschen schneller durch. Nur wieder 5 von 9. Ich weiß nicht. Irgendwie... Keine Ahnung, was sich da noch so verändert. Aber... Das Haus machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Das war für Luchte Haus. Ja. Aber ich hoffe, ihr habt mehr gefunden als ich. Und schreibt es mir in die Kommentare. Und flamet mich voll. Und was weiß ich was alles. Auf jeden Fall, wie gesagt. Montag weiß ich nicht, ob erstens ein Video rauskommt. Wenn ein Video rauskommt, dann wahrscheinlich erst gegen Abend oder Nachts. Ansonsten kommt Meetwoche ganz normal wieder eins nächste Woche. Und... Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. W casualbox. Abby Schroep. Wir sehen uns imga... Wir sehen uns im Video.